Dass es für deine eigene Führungskraft natürlich total im Interesse liegt, dass du mit deinem Team performst, zeigt ja schon, wie sehr dir das interessieren würde, dass du auch weiterkommst und dass deine eigenen Hindernisse aus dem Weg geräumt werden. Also ich glaube, man kann das nur ermuntern dazu, zur eigenen Führungskraft zu gehen und da Erfahrung abzuzwacken und Einschätzungen abzuzwacken und genau das zu tun, was man mit dem eigenen Team macht, aber auch eben nach oben. Und wie du, du hast es wunderbar gesagt, offen zu sein für Ideen, offen zu sein für, hey hast du schon mal so überlegt und das, was man dann oft halt irgendwie so das 360-Grad-Feedback nennt, also irgendwie einfach nach unten zu schauen, nach oben zu schauen, wo gibt es einfach Ressourcen für dich, an die du dich anhalten kannst, wo gibt es Tipps und Tricks und das sagt dir niemand, dass du alles dann so aufnehmen musst. Und auch für da wieder rauszufinden, Jocko nennt das den Leader's Intent, also was ist diese, warum möchte dein Vorgesetzter, was aber auch vielleicht der Ober-Ober-Ober sein kann, was ist die Idee dieser Maßnahme, warum wollen sie das erreichen, dass dieses und jenes so umgesetzt wird. Und wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt, kann man auch oft besser rausfinden, wo soll das hinführen, warum sehe ich sozusagen nicht, wo das hinführen soll, warum finde ich das jetzt gerade eine Idee, die vielleicht nicht so gut ist. Und dann darüber nachzudenken, zu philosophieren und dann auch im Zweifel nachzufragen, warum geht es in diese Richtung. Ist es etwas, was du siehst, weil du so nah dran bist, an was auch immer, am Kunden oder an den Problemen, dass du einen besseren Blick hast und deswegen siehst, dass das so nicht gehen kann. Oder ist es etwas, was du eben nicht siehst, weil du so nah dran bist und deswegen akzeptieren musst, unter Anführungszeichen. Aber in diesem Wechselspiel, da passieren die richtig spannenden Sachen auf einmal, um zu verstehen, warum es ein Ziel gibt und wie man dann dieses Ziel bestmöglich erreichen kann, wenn es ein sinnvolles ist.